hallo zusammen herzlich willkommen zurück zu little big workshop in der kleinen feinen weihnachtswerkstatt ja ich habe ein bisschen laufen lassen und habe noch mal hier so ein schaukelpferd für den weihnachtsmann angenommen hier oben sind die lager proppen voll hier muss ich noch weitere regale reinstellen wenn ich das hier durch habe und ich bin immer noch im weg hier meinen umsatz und meinen firmenkapital zu erhöhen jetzt liefern war erst mal die 50 stück aus also die 50 schaukelpferde warum steht er oder sie rum dauert es auch vielleicht zu lange das zu beladen und man hier in den rampen nicht die anzahl ja haben wir alle ausgeliefert danke das waren die okay ich habe nicht zu genügend transporteur gehabt ihr wahrscheinlich habt das in der letzten folge auch schon geschrieben ich denke mal acht ist gut das hat nicht mehr gereicht bei der auslieferung habe ich überhaupt nicht drauf geachtet kapital steigt wie sind wir denn hier in dem ranking wir müssen mehr umsatz machen dann haben dann haben wir geschlagen ja gut dann immer direkt das nächste an würde ich sagen oder was ist das hier oder nehmen wir hier für die eigentlich der umsatz ist ja besser wir brauchen also irgendwas was gut umsatz macht durch die hoverboards hier aber irgendwas metallen dass wir haben jetzt zweimal holz da brauchen wir eigentlich irgendwas aus metall hergestellt wird die grille die grille ziep 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 ja machen wir mal wie viel verlangt denn der markt 50 machen wir mal 49 kommen los geht es wenn wir jetzt hier zum beispiel beim ausliefern auf 10 gehen ja jetzt flutscht das besser jetzt sind nicht mehr sauer habe ich eigentlich irgendwie verpeilt so ich würde sagen wir setzen hier auch noch mal regale rein damit wir hier ein bisschen mehr lagen damit es nicht so voll ist da sind die ersten schränkchen fertig und hier können wir auch noch regale reinsetzen vielleicht in die mitte noch gegenüber kommen das mache ich direkt zack wie war das mit shift dann liegt das doch nicht auf dem boden rum die bringt es auch als geschenke schön also noch zwei tage ist das ding auf dem markt das müsste aber genau oder müsste doch jetzt produziert werden gehe ich mal davon aus und sobald hier platz kann ich auch noch neue regale reinsetzen wir sind mir hier eigentlich bei 48 sind diese mental vorbereitung soweit sieht bald so aus schauen wir locker mit den mit den regalen hier ich glaube wir müssen noch mehr gleichzeitig annehmen um hier in der rangliste höher zu kommen da müssen wir uns auch noch steigern naja aber mal so weit sind wir gar nicht entfernt wir sind höher sind auf platz eins moment höre ein höhere ein hörendes umsatz seines erzfeindes jetzt dran und sagt das verloren oh schachbretter schön 105.000 mit 75 das mache ich direkt danach geil jetzt müssen aber erstmal die ausgeliefert werden haben noch zwei schränkchen dann haben wir es noch eins 16 liefern hast du nur 16 verlangt aus schüssel da ist die nachfrage gesunken naja ich komme ja wieder wenn der markt hier in 30 stunden refresht wird ich lasse die mal im lager okay ja das sind ja alles keine termingeschäfte die anderen sachen dann würde ich sagen machen wir doch den weihnachtsmann eine freude und stellen schachspiele her oder 75 ein plan erstellen holz natürlich keine kunststofffiguren gottes willen aus hellem holz ein dunkles schachbrett oder was ist das wird mir hergestellt am ende erst schachbrett genau und dann haben wir noch mal helle figur alles aus holz ok sagt immer noch nicht moment das geht ja gar nicht ich habe jetzt überall das beste holz und es langt nicht von der stabilität ich bin gespannt moment was kann ich denn anders machen wie kann ich denn anders produzieren wahrscheinlich der kunststoff ne er hat er ist stabiler ist doch ätzend doch keine kunststoff gut dann nehmen wir halt kunststoff ne und wir müssen was war das die stabilität war nicht so gut ach ist irgendwie schade na jetzt geht es auf jeden fall von der optik sehr schön ja jetzt haut es hin na gut na gut na gut es wird ja überall angepinselt von daher sieht man es ja nicht was drin ist so ich hätte es gern zurecht gesägt und dann hätten wir es gerne im kunststoff gepresst da dann müssen wir es wieder kleben anpinseln haben wir auch nur eine station bis jetzt und dann kommt die endmontage gut dann aufhört ich denke mal der wird die lackierstation ordentlich zu tun haben in der zeit hätten wir eventuell noch eine zweite bestellen können und wir müssen mal den markt beobachten ob wir eventuell die kisten noch äh die diese kisten diese schränke verkaufen können vielleicht öffnet sich ja was wir wissen dann 13 stunden dann erfrisht sich der markt refresh ähm wir haben noch sechs punkte äh und wir sind natürlich auch noch diese kategorie die haben wir noch nicht durchgegangen und dann machen wir das jetzt hier komm was war das nochmal massenbeschäftigung rekrutierungskosten gesenkt ich glaube diese lager werden hier nie leer kann ich denn jetzt welche daneben stellen so ne hier mit mir rein kann ich welche stellen aber das bringt mir grad gar nichts ähm wieso denn vielleicht kommt ja was neues rein in zwei tagen oder nein nicht na gut komm was solls nehmen wir die halt weg höheres eigenkapital höher durchschnittlicher umsatz ah der stundenlohn ist noch dann wird eine abgerechnet frage ich mich profit pro stunde da sind wir noch nicht höher die 40 katapulte werden auf jeden fall unser eigenkapital steigern aber glaube ich nicht unseren umsatz außer hier auf dem markt geht es hier ab dass hier irgendwie der preis steigt warten muss man ab wenn die 40 stück produziert sind dann könnte es sein dass es da sich lohnt allerdings überlegt doch lagerplatz haben wir ja das passt so mal ich werde das hier oben hin lagern dann sind sie näher am eingang beziehungsweise ausgang ja telefon was wollen sie okay möbel designer du hättest gerne einen schönen stuhl hm ja hab ich jetzt grad keine zeit für unsere holzwerkstatt ist ganz schön voll was müssen wir einfach mal ein bisschen laufen lassen dann wollen wir hier mal die montagetische ein bisschen nach reparieren so hier habe ich lager ergänzt ne hier ist ein bisschen mehr platz im zwischenlager dass das nicht auf dem boden rum liegt nachteil ist mit diesen katapulten wenn ich die nicht bündel dann ist der platz halt auf dem boden zu wenig dann werden die anfangen zu meckern also ich muss auf jeden fall das bündeln immer drin haben sonst ist die grundfläche einfach viel zu viel zu zugestellt so umsatz pro stunde wie stehen wir denn da ich denke mal der wird es abrechnen sobald wir verkaufen aber solange wir halt solche produktionen haben die so ewigkeiten brauchen von auch die grills ja puh ich hoffe dass er kann ich denn rein theoretisch wenn hier 15 stück fertig sind könnte ich die auch in den verkaufen oder ich meine das ist hier kein das ist ja kein terminauftrag das hier unten ich schieb dir mal eins nach oben und die schachbretter so dass wir die katapulte ganz am ende machen ach schön schachbretter 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 wobei wir haben 16 tage das müsste ja zweimal lang oder denn okay 20 stück haben wir grad mal okay das ist natürlich nicht so viel Ich finde, das Spiel zieht sich in diesem Moment Wenn du so Umsatz machst Weil du lässt es einfach nur laufen Kannst du ja eh nicht mehr machen Ich kann natürlich durchreparieren 78% kann ich jetzt hier reparieren sagen Ah, da hat er sie gleichzeitig alle markiert So, hier könnten wir befördern Hab ich noch Metallspezialisten, oder? Bin ich zumindest so zweit, wenn sie so eine Maschine bedienen müssen Weil wenn wir so einen Arbeitsschritt Oh, die ganzen Figuren stehen hier rum Wenn du so einen Arbeitsschritt hast, wo die Wenn du einer Pause machst Dann können die Spezialisten an dieser Gussmaschine Oder so zum Beispiel nicht arbeiten Wenn ich nur so wenig hab, meine ich Auf jeden Fall ordentlich was los hier Oh, das Lager lichtet sich Das ist gut Wollen wir uns bewegen Hier ran Das ist ein bisschen knapp, oder? Wie viel Platz brauchen wir denn sowieso? Warte mal Kriegen wir, glaube ich, nicht drei hier hin Ich würde die trotzdem ganz gerne nach unten schieben Das geht aber nicht, weil da was im Weg ist Also hier, das ist schon nah genug dran Für meinen Geschmack Was blockiert denn hier? Der geht nicht auf diese Linie Jetzt So, mal gucken, ob das langt, noch ein Regal hinzustellen Ja, da liegt noch das Holz Aber es scheint von der Breite zu passen Natürlich erfreulich Dann hätte ich gesagt, dass wir hier Gegenüber noch welche stellen Ich weiß, dass man so anders stellen kann Die Regale Ist mir bewusst Aber das sind ja meistens kleine Brocken, die hinten sind Na Weißt du, was ich mal Jetzt mal die Bestellung passt Ja, kommt So, 35 von 75 70 Schachbrädern haben wir schon was dazu gekommen Oh, hier kommen welche mit 300 Oh Oh, die entsprechen sogar dem Plan Das heißt, ich könnte ja sogar Die dann hier mit verkaufen Gerade wenn der Preis hier am steigen Vor allem steigen die mit 300 Ich meine, da kriege ich ja gleich mal wesentlich mehr Das ist natürlich schön Ja, wir können doch unter Schach spielen im Lager, oder? Ihr habt doch eh Zeit da unten Hä, wieso sind wir so abgerutscht? Hä, wo sind wir denn überhaupt? What the heck? Wo sind wir denn? Eigenkapital 500 Da sind wir doch irgendwie knapp dran Aber wir sind hier nicht zu Hä, wieso sind wir auf Platz 21 abgerutscht? Wieso haben wir da 371? Wir haben doch 475 Hä? Oder Das kapiere ich nicht Ach, vielleicht, weil wir die Ausgaben hatten? Aha Designabteilung, Stühle Ja, später vielleicht Ja, müssen wir noch erhöhen, oder was? Ich meine, wir bauen ja null Grills, ne? Die haben, also von der Wir können jetzt schon mal Katapulte verkaufen Wir können ja mal gucken, was der Markt sagt Können wir schon mal ein Teil verkaufen Dann sind die Läger schon mal Das Lager 1600 1500 Die habe ich auch schon mal Hier, 2000 Äh Ah, und da langt es nicht Das ist ein anderer Katapulttyp Aber da steigt gerade der Preis Ich wäre doch blöd, wenn ich jetzt schon verkaufe Ich glaube, wir finden mal gut zu tun Hier in der Werkstatt, ne? Und wir hatten auch, glaube ich Bis auf im Livestream Hatte ich noch nie einen Brand Ich habe es immer geschafft Diese blöden Dinger nachzureparieren Haben wir da noch Punkte zum Ausgeben Im Forschungsbaum? Ne, sind wir auf null Lagerarbeiter sitzen da Beziehungsweise sind das auch Praktikanten, glaube ich Ja, da stehen relativ viele rum Warum eigentlich? Ach, weil die alle auf die Montage warten, oder? Ja, gehe ich mal davon aus Ich meine, die Montage arbeitet ja gerade gar nicht Das sind die mit den gelben Mützen Dann sind es die Holzspezialisten Dann brauchen wir noch Holzspezialisten Ja So, die machen die Schachbretter Weißt du was? Ich schiebe jetzt die Katapulte hier nach oben Dass die mal endlich fertig werden Ich mache dann sowieso noch andere Sachen parallel Ja, da gammeln zu viele rum Das liegt ja echt an der Montage, gell? Dann müssen wir die Montagehalle erweitern Was wir natürlich machen könnten Dass wir uns hier einen Raum einen Teil vom Raum klauen Oder die Klebestation verschieben Weil der Raum ist hier im Endeffekt zu klein Der hier Und hier ist zu viel Platz Oder zumindest auf der anderen Seite Ja, wir könnten das kleben zum Beispiel Könnten wir hier drüben reinbauen Und dann könnten wir hier noch eine Obwohl, wir können hier noch drei hinsetzen Montagebänke Moment Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Wir haben sowieso acht Wir haben ja gar nicht Montagekräfte haben wir ja sowieso nicht so viele Sieben Ja Nein, guck, die Mann da oben Party Das ist nicht optimal So, dann wird noch einer hier Montagespezialist So, jetzt wird das Lager ganz schön voll Fällt mir grad mal auf Okay Ja komm, das lassen wir jetzt noch durchziehen Vielleicht verkaufe schon mal welche Markt öffnen 1400, 1700 Wie steigt der Preis? 1097 Warten wir nochmal ab Bin eh gleich fertig hier mit dem Mit der Produktion Noch eins Na, wo bleibt das letzte? Da So, da kriegen wir 21, 22 Liefern Liefern Wo bleibt der nächste? Ah, jetzt kommt er So, hier sind keine gewünscht Und hier können wir nicht Weil hier von der Qualität nicht lang Gut, da müssen wir warten Na, mit den Katapulten Oder wir verschrotten sie Keine Ahnung Wann wird denn der Markt erneuert? In 17 Stunden Na, das können wir noch abwarten Sind gleich die Schachbretter fertig So Ähm, warte mal Können wir das nicht bei ihm hier Ah, ne, ist schon weg Gut, äh, 3, 9 Okay Liefern Werden auch nicht alle verkauft, ne So, noch eine Stunde Dann wird der Markt erneuert Dann können wir eventuell die Katapulte loswerden Gleich müsste es soweit sein Noch zwei Tage Okay, warte Katapulte Jo So Der Weihnachtsmann holt auch noch ab Pschee So, 617.000 Aber der Profit stimmt nicht, ne Hier sind wir im Ranking Schlecht Warum? Weil der Profit pro Stunde nicht stimmt Ja, wir müssen Wir müssen auf jeden Fall anders Hantieren Oh, jetzt gehen wir noch hart runter Äh, da müssen wir auf jeden Fall anders planen Na gut Wir haben noch ein bisschen Kohle gemacht 616.000 zum Ende der Folge Ich hoffe, es hat euch gefallen Ähm, bis zum nächsten Mal Und, äh, schreibt mir doch mal in die Kommentare Weil ich Hab das Gefühl, dass so langsam aus dem Spiel die Luft raus ist Klar kann man jetzt noch weiterbauen Und, ähm, das Spiel ja auch in irgendeiner Form durchspielen, ne Geht ja auf jeden Fall Wenn wir hier diese Ziele dann abgeschlossen haben Die Königsklasse sozusagen Vielleicht sollte man das noch durchziehen Oder ich lass einfach ein bisschen laufen So, dass diese Gerade diese Fast-Forward-Sessions Die wir jetzt hier so haben Ähm, dann auch, ähm Nicht so langweilig für euch sind Naja, ich freue mich auf eure Kommentare Und bis zur nächsten Folge Macht's gut bis dahin Tschüss